In der heutigen Ausgabe geht es unter anderem um den neuen Batman, eine alte Märchenfigur und eine Videospielfigur aus Fleisch und Blut. Die Movie Break Wochenschau Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe der Wochenschau. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite wieder der Thomas. Hallo Thomas. Hallo Stu. Thomas, ganz brandaktuell eine Nachricht reingekommen, eine unglaubliche Nachricht. Du hast heute Geburtstag. Hey, wie schön, dass du geboren bist. So, das war's mit den Emotionen heute. Ja. Wenn du eine Woche schon gemutmaßt. Ein Papier. Genau. Ja. Ja. Robert Pattinson. Ja. Ja. Oh Wunder, oh Wunder. Eine Trinit-Referenz. Ohoho. Genau. Also es gab ja quasi das Rennen zuletzt gegen Nicholas Holt, also der auch bekannt ist für aus Mad Max Fury Road unter anderem und halt Robert Pattinson und beide haben sich nochmal Test-Sessions gestellt, wo sie unter anderem, so wie ich das verstanden habe, auch den Anzug angezogen haben, um zu probieren, wie sie als Batman tatsächlich wirken. Und ja, da hat sich Robert Pattinson durchgesetzt. Der wird jetzt den neuen Batman spielen und zwar so gleich in einer Trilogie, die geplant ist. Ja. Ja. Regie beim ersten Teil zumindest ist es Matt Reeves, der auch das Drehbuch beigesteuert hat. Ein Drehbuch, das sich um einen jungen Batman handelt, wobei ich glaube, Robert Pattinson ist jetzt im gleichen Alter wie Christian Bale damals, wie Batman Begins. Ja. Und ich habe gelesen, dass sich Matt Reeves so ein bisschen mehr auf den Detektiv-Aspekt der Figur konzentrieren möchte. Das würde eigentlich auch passen, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie eher einen Charakter-Schauspieler jetzt gesucht haben und mit Robert Pattinson, also dem, wenn man die Karriere so ein bisschen verfolgt hat seit Twilight, also man kann sich ja gerne darüber durstig machen, dass er halt glitzert, aber als Schauspieler hat er in den letzten Jahren gerade was so in die Produktion, also aktuell im Kino, High Life, wirklich gezeigt, was er kann. Und ich glaube, er wird einen richtig tollen Bruce Wayne abliefern, muss sich natürlich aber auch so ein bisschen als Batman beweisen und vielleicht nochmal ein, zwei Pfund um draufpacken. Was ich halt interessant finde, ist, dass er ja auch die Hauptrolle im neuen Nolan-Film übernimmt, also ein klarer Blockbuster-Film und Nolan ist halt an Warner gebunden und hat ja auch eine Vergangenheit mit Batman. Ich weiß jetzt gar nicht oder ich frage mich, wie sehr Nolan da mitgeholfen hat, dass Pattinson die Rolle bekommt. Und das kann durchaus sein, dass er ihn ins Gespräch gebracht hat und gesagt hat, ey Leute, hier, ich hab schon mal ein bisschen was mit Pattinson gemacht, guck doch mal, der würde als Batman auch passen. Ja. Ja, äh, ja, es ist auf jeden Fall fix, äh, da helfen auch alle die Unken-Rufe nicht, aber ich glaube, wir beide, äh, lieber Thomas, sind uns da einig, das könnte interessant werden. Auf jeden Fall, ja. Ja, also von unserer Seite gibt's da jetzt keine Bu-Rufe, ich bin sogar sehr gespannt und, äh, wir grüße die Wahl tatsächlich. Genau. Denn vielleicht mal einen etwas anderen Batman von der Fieses, warum nicht, ich bin für alles offen, äh, ja, kann ja nicht so schlimm werden wie Suicide Squad. Boah, hab ich's laut gesagt, oder? Scheiße. Ja. Ja. Ähm, ebenfalls, äh, äh, nicht so viel, ja, Gegenliebe hat, äh, Henry Cavill erfahren, als Netflix angekündigt hat, dass er in der Witchcraft, die Witcher-Serie, Geralt von Riva, also den Witcher, spielen wird. Jetzt hat sich Henry Cavill via Instagram zu Wort gemeldet und hat verlautbaren lassen, dass die erste Staffel abgedreht ist. Mhm. Und, äh, Netflix will die Serie wahrscheinlich noch dieses Jahr, wahrscheinlich im letzten Quartal, herausbringen. Genau. Thomas, kennst du dich mit The Witcher aus? Oder kennst du wie ich nur die Spiele? Ich kenn nur die Spiele und hab leider Teil 2 und Teil 3 zwar gekauft, irgendwann in so einem Steam-Zähl, äh, liegt aber auch noch in meinem Rechner und ich hab's nie gespielt. Hm, äh, finde das Projekt aber insgesamt interessant. Und wir hatten ja sowieso in unserem Game of Thrones-Podcast schon mal drüber gesprochen, was jetzt so alles an Fantasy-Serien kommt. Aufgrund, glaube ich, auch von Game of Thrones, weil das so populär war. Und, äh, Netflix' Antwort ist nun mal The Witcher, wo sie da auch gerne einiges an Geld reinbuttern werden. Deswegen bin ich gespannt, wie sie das umsetzen. Und sie wollen sich ja nicht an den Spielen orientieren, wo ja durchaus Geld auch anders aussieht, also mit Bart, äh, sondern eher an den Büchern. Was natürlich die Hardcore-Fans, die die Bücher auch gerne kennen und mögen und lesen, äh, auch mehr anspricht dementsprechend. Also ich bin durchaus gespannt. Kann aber natürlich auch ein riesen Flop werden, wenn diese Fantasy-Welt einen nicht so richtig abholt. Was ich auch spannend finde, die Serie wird halt auch in einem Rutsch erscheinen. Also ich gehe nicht davon aus, dass Netflix die wöchentlich posten wird. Nein, nein. Wenn das eine Netflix-Produktion ist, dann, äh, also eine hauseigene Produktion ist, dann wird die auch in meinem Rutsch erscheinen. Genau. Und, äh, dementsprechend werden wir halt keinen großen, so eine große Popkultur-Welle wie bei Game of Thrones erwarten. Ja. Ja, ich bin gespannt. Äh, ich find's auch sehr, sehr seltsam, dass die Serie halt, äh, seitdem sie, also seitdem sie Thema ist, immer so viel Gegenwind bekommt. Und das, vor ein paar Tagen sind irgendwie, äh, Aufnahmen aufgetaucht von den Rüstungen. Und die sahen halt nicht so hochwertig aus. Dann gingen die Fans dann auch wieder Sturm. Ich glaube, die Petitionen sind schon wieder rumgegangen. Neu-Dreh. Neu-Dreh. Ja. Wo ich halt sage, Leute, wartet doch ab, wie es halt im fertigen Zustand ausguckt. Ich mein, das sind halt irgendwie so Billigaufnahmen. Man weiß nicht, ob es vielleicht Testaufnahmen sind. Und, hey, das wird garantiert visuell ordentlich aufpoliert bei Netflix erscheinen. Ja, definitiv. Und ich kann mir auch vorstellen, also Netflix ist sich ja bewusst, was dieses Projekt auch für den Streaming-Dienst bedeutet. Gerade angesichts der kommenden, äh, Konkurrenz gegenüber beispielsweise Herr der Ringe oder auch der neuen Game of Thrones Spin-Off-Serie. Das muss einfach ein langfristiges Projekt für Netflix sein. Und dementsprechend werden sie da schon große Sorgfalt reingeben und auch in die Post-Production jetzt nochmal einiges reinstecken, damit das halt auch so geil wie möglich wird. Und, ja, ich bin ehrlich, von meiner Seite kann ich nur sagen, ich bin durchaus neugierig, auch wenn ich jetzt nicht mit den Armen abschlagen würde, um die Serie zu gucken. Also, mal gucken, was das wird. Ja, das wäre auch ziemlich seltsam, wenn du das machen würdest. Erste Podcasten, rechte einen Arm aus. Ja, kommen wir mal zu Verfilmung bekannter Stoffe, mal zu einem Studio, was sich halt echt mal Sachen traut. Ja, die kreativ vorangehen, die neue Sachen ausprobieren wollen und sich nicht auf alten Kamellen ausruht. Reden wir über Disney. Ja, wie komme ich da jetzt aus der Überleitung wieder raus? Ja, Disney, haltet euch fest, dreht oder will ein Live-Action-Remake eines ihrer Klassiker drehen. Thomas, ist das nicht überraschend? Ja, das ist total überraschend. Also, wenn ich einen Hut auf hätte, müsste ich ihn jetzt festhalten. Also, ich meine, allein dieses Jahr haben wir mit Dumbo und Aladin, der gerade im Kino läuft, ja, schon zwei Filme gehabt. Und dieses Jahr startet ja auch noch das Live-Action-Remake von Der König der Löwen. Und wir werden ja noch mehr bekommen. Also, wir reden ja bei Disney Plus noch über einige Produktionen. Und Mulan ist ja ganz, ganz groß angelegt, das natürlich auch auf den chinesischen Markt zielt. Und mit Schneewittchen und die sieben Zwerge, das ist halt so eine Hausbank, ne? Das ist halt so eine Marke, die können sie mal schnell raushauen. Haben sie mit Maleficent ja auch schon so ein bisschen an anderer Stelle ja gemacht. Und Maleficent 2 kommt ja dieses Jahr auch noch. Also, es ist nichts Überraschendes. Und es ist halt wirklich, es wird wahrscheinlich wieder schön und nett, aber halt auch keine Überraschung, ne? Ja, ich sag's mal so, es kann nicht schlimmer werden als Snow White and the Huntsman. Also, von daher. Oh, das auf jeden Fall, ja. Ja, aktuell gibt's zum Film kaum Infos. Also, Disney will ihn machen. Und Disney möchte als Regisseur Mark Webb. Der hat unter anderem 500 Days of Summer, die beiden Amazing Spider-Man-Filme und Begabt gemacht. Ja, durchaus guter Regisseur, würde ich sagen. Wenn er halt den Stoff verfilmen darf, den er möchte. Ähm, ja. Also, ich hab ja schon gesagt, diese Woche war in Sachen News echt der Ereignisarm. Und ganz ehrlich, hätten wir größere News, würde diese News rausfliegen. Weil, dass Disney Live-Action-Remake eines der Klassiker macht, ist mittlerweile ja so, ja, so Standard wie Popcorn im Kino, ne? Genau, und es ist eher die Frage, ach so, hatten sie den noch nicht angekündigt? Ja, genau. Genau. Ich hab die News geschrieben, das war mein erster Gedanke. Warte mal, warte mal. Haben die die noch nicht angekündigt? Das ist aber seltsam. Ja, genau. Also, von daher bin ich überraschend. Und ja, da wird definitiv auch noch mehr kommen in den nächsten zwei Jahren. Gerade, wenn Disney bloß an den Start geht. Ich bin mal gespannt auf Bernhard und Bianca, ganz ehrlich. Wird kommen, wird kommen. Gut, bleiben wir mal bei Disney, beziehungsweise bei Disney 2.0, bei Fox. Thomas, kennst du dich mit der Entstehungsgeschichte oder Nachentstehungsgeschichte der New Mutants aus? Ähm, so ein bisschen ist es mittlerweile auch so ein ewiges Schreckgespenst bei den News. Weil jedes Mal, wenn man da wieder was zuschreibt und sich denkt so, ah ja, cool, Disney will den dieses Jahr doch noch an den Start bringen. Und oh, es soll doch noch Reshots geben. Oh nein, es wird doch keine Reshots geben. Und oh nein, er kommt doch nicht dieses Jahr. Ja, also es ist so ein, wie lange zieht sich das jetzt schon? Zwei Jahre mittlerweile? Zwei Jahre und er soll jetzt Anfang April nächsten Jahres rauskommen. Genau. Und das ist sein fünfter Kinostarttermin. Ja, und jetzt ist bekannt geworden, dass die Reshots tatsächlich nochmal stattfinden sollen. Also nach den ersten Testvorführungen. Und nachdem jetzt Disney Fox übernommen hatte, haben die sich nochmal angeguckt. Und die sind jetzt weiter der Meinung, dass ungefähr 50 Prozent des Films neu gedreht werden sollen, damit der noch horrorhafter wird. Also scheinbar ist er zu seicht geworden. Ja, das muss man sagen, also er war vor zwei Jahren schon fertig. Dann gab es Testvorführungen. Das war gerade in der Zeit, wo es populär war. Und daraufhin hat wohl die Testaudience gesagt, Leute, da muss mehr Horror rein. Genau. Ja, gut, das, ja, ich meine nichts gegen es, aber es und Horror, okay. Aber ein bisschen verwundert das ja schon, weil wir haben es ja gerade gehört, Disney setzt eigentlich eher auf sichere Projekte und ist nicht dafür bekannt, irgendwie ganz, ganz viel Risiko in die Hand zu nehmen. Und 50 Prozent des Films neu zu drehen, und das muss ja auch erstmal alles geplant sein, und es muss nochmal Geld in die Hand genommen werden. Wobei, wobei schon die Unterbrechung, aber die 50 Prozent sind noch von damals, als da noch Fox alleine am Ruder war. Jetzt heißt es halt, Nachdrehs werden gemacht. Die Frage ist aber, ob es sich dabei immer noch um die 50 Prozent Nachdrehs handeln. Wenn, dann wird es nochmal teuer. Andererseits, wenn ein Studio gerade dick Geld hat, dann ist es Disney. Und ich glaube, für die wird es letztlich doch lukrativer sein, den irgendwie ins Kino zu bekommen, als ihn dann doch bei Hulu irgendwie zu verramschen, glaube ich. Das stimmt, ja. Das war ja auch eher eine Vermutung von uns, dass er auf dem Streaming-Dienst landen würde. Die Frage ist halt auch, welchen Regisseur sie nehmen, weil der aktuelle Regisseur, der den Film eigentlich gedreht hatte, Josh Boone, der auch das Schicksal ist ein mieser Verräter, gemacht hat, der dreht aktuell die Miniserie The Stand von Stephen King. Und wird damit noch eine ganze Weile beschäftigt sein. Ja, dazu muss man auch sagen, dass die Darstellerin, Macy Williams und Anna Taylor-Joy, ich weiß gerade nicht, wie das richtig heißt, die aus Glass, Bekannten und Witch, dass die im Vorfeld auch schon gesagt haben, dass sie eigentlich keinen Bock mehr drauf haben, da nochmal rangekarrt zu werden. Jetzt werden sie aber doch nochmal rangekarrt. Verträge machen es möglich wahrscheinlich. Es kann also auch durchaus sein, dass der Josh Boone auch nochmal rangekarrt wird. Ich weiß nicht, wie das vertraglich geregelt ist. Wenn es wirklich so ist, dass ein neuer Regisseur es macht, dann wird es interessant, wie das bei den Credits dann nachher aussieht. Ich stelle mir auf jeden Fall gerade vor, wie so ein Josh Boone einen Uber bestellt und dann Disney schon wartet und sagt so, ah, jetzt, jetzt schnappen wir ihn. Und dann kurzzeitig an den Set einführt und sagt so, ja, jetzt musst du erstmal drehen, sonst kommst du nicht mehr weg. Ja, spannend. Na, das wäre nicht das erste Mal, dass durch Nachträgst eigentlich ein zweiter Regisseur ins Rennen kommt. Man erinnere sich an den gefloppten, den Nussklacker und die Vier Reiche, wo ja auch die Nachträgst so immens waren, dass der zweite Regisseur dann in den Credits genannt wurde, was normalerweise unüblich ist in Hollywood. Genau. Auf jeden Fall, The New Mutants soll wirklich mal prälig in die Kinos kommen und das finde ich ist schon mal gut, weil ich finde, von der Prämisse her, ist das ein Projekt, dem ich sehr positiv gegenüberstehe, weil es mal was Frisches in diesen Superheldenalltag reinbringt. Denn New Mutants versteht sich ja in erster Linie wirklich als eine Art Horrorfilm. Ja, genau. Ich kann auf jeden Fall nur allen empfehlen, die da gerne Bock drauf haben, im Marvel-Universum mal ein bisschen was anderes zu sehen und auch gerne mal ein paar Horror-Elemente zu sehen. Guckt euch die Serie Legion an, die dieses Jahr in die dritte Staffel gehen wird. Letzte Staffel übrigens? Genau, die letzte Staffel ab dem 24. Juni und zwar auch nicht, weil es irgendwie abgesetzt worden ist, sondern weil der Creator Noah Hawley dann alles erzählt hat in diesen drei Staffeln und das lohnt sich wirklich. Also das ist von mir auch eine klare Empfehlung, guckt euch Legion an. Gut, dann sind wir mit den News, glaube ich, soweit durch, oder? Mhm. Ja. Dann wollen wir mal die Kinostarts besprechen? Ja. Die Kinostarts, die jetzt letzte Woche rausgekommen sind. Machen wir abwechselnd, was? Ja, machen wir. Gut, dann fange ich mal an. Äh, es startet, äh, oder läuft seit Donnerstag im Kino, Ma, Sie sieht alles, der neue Film von Blumhouse in der Hauptrolle Oscar-Preistagin Octavia Spencer als titelgebende Ma. Äh, unsere, unsere Kritikerin, die Mia, ganz frisch im Team ist, hallo, äh, hat den von uns geguckt und hat 15 Punkte gegeben. Also eher so eine mittelmäßige Kiste. Und wenn ich mir andere Kritiken so lese oder anhöre, sind wir dann auch relativ gnädig mit dem Film umgegangen, glaube ich. Ja. Genau, dann mache ich gerne mal weiter und zwar mit dem Kinofilm Rhodes. Der ist insofern interessant, dass der von Regisseur Sebastian Schipper kommt. Der hat Victoria gemacht und damit ja ganz, ganz viele Preise auch eingeheimst und auch bei uns eine sehr gute Wertung bekommen. Und der hat jetzt seinen nächsten Film gedreht und zwar ein Road-Movie. Und der hat, äh, von unserem Autoren Jonas sieben Punkte bekommen. Also wenn ihr gerne ein Road-Movie guckt und gerne auf deutsches Kino auch steht, dann ist auf jeden Fall Rhodes aktuell eure Adresse. Gernbar. Wenn ihr Robert Pattinson, bevor er Batman wird, nochmal in so einem richtigen Arthouse-Film sehen wollt, dann solltet ihr euch Highlife ansehen von Regisseurin Claire Denis. Äh, der Film, der aktuell wirklich die Zuschauerschaft spaltet. Die einen halten ihn für unglaublich potentiös, pathetisch und kunstgewerblich und anders gesagt langweilig. Äh, wir haben aber in der Kritik acht Punkte gegeben und waren sehr, sehr angetan. Äh, aber ich glaube kein Film für die breite Masse. Dennoch sei hier erwähnt, weil es der Kinostart der Woche ist mit acht Punkten, der höchstbewertete Neustart. Highlife mit Robert Pattinson. Wir fahrten ihn gut. Genau. Und wenn ihr eher auf spektakuläres Kino steht und ihr wollt monströse Action mit riesiger Zerstörung und einer Schreckenstiefe, dann guckt euch nicht Godzilla 2 an, äh, sondern der hat von uns tatsächlich nur 3,5 von 10 Punkten bekommen. Eine herbe Enttäuschung, äh, ich glaube, du hast es ganz gut beschrieben. Der Film, oder zumindest das erste Teil des Films, dreht sich nur darum, dass ganz, ganz viele Monster eingeführt werden und kurz gezeigt werden und dann geht's weiter. Also, es bleibt am Ende eher eine riesige Enttäuschung und auch wirklich langweiliges Blockbuster-Kino. Ja, leider. Also, ich hab mit, äh, der Kollege Mugiwara hat hier die Kritik bei uns geschrieben und ich war mit dem gemeinsam in der Presseverführung und wir waren beide sehr enttäuscht und auch derselben Meinung. Äh, der Film wird ja aktuell durchaus auch, äh, hoch gelobt, auch von großen Godzilla-Fans. Ich bin kein Godzilla-Fan, aber ich kenn mich durchaus mit Godzilla so ein bisschen aus und weiß, wofür er steht. Ich hab jetzt nicht alle Godzilla-Filmen geguckt, also, das, ich weiß gar nicht, wie viele gibt's davon, 350.000? Ja, ähm, ich muss aber sagen, äh, nachdem ich Godzilla 2 geguckt habe, weiß ich Godzilla 1 von 2014 zu schätzen. Wirklich. Ja, und, äh, der hat bei uns schon nicht so gut abgestellt. Ähm, noch eine andere Empfehlung in diesbezüglich, wenn ihr gerne tatsächlich nochmal einen Godzilla-Film gucken wollt, der euch abholt, dann guckt euch Shin Godzilla an, den, äh, letzten Godzilla-Film des Toho-Studios. Der ist auf jeden Fall eine bessere Alternative, als in Kino zu gehen. Ja. Gut. Und dann haben wir noch, äh, last but not least, äh, Rocketman, äh, das Elton John-Biopic mit Taron Edgerton und Jamie Bell in den Hauptrollen. Ähm, ja, war okay, war ganz gut, muss ich gestehen. Ähm, der Film hat wirklich, äh, ist, ist inszenatorisch sehr kreativ, also, er, er spielt sehr mit Musical-Einlagen, äh, trotz allem finde ich es, wie soll ich sagen, Der Film tut immer so, dass er so unverblümt ist und dass jetzt hier mal die wirklich wahre Geschichte erzählt wird, aber das tut er dann letztlich dann auch nicht. Also, er ist durchaus differenzierter als jetzt in Blieben Rhapsody, der wirklich die Hauptfigur für Mercury wirklich komplett zelebrierte als Legende und nicht als Mensch. So ist, äh, Rocketman nicht. Trotz allem ist es schon, äh, eine typische Biopic-Standardware. Aber gut gemacht, kann man sich gerne angucken und, äh, der Soundtrack ist eh klasse. Genau, du hast von Regisseur Dexter Fletcher auch zuvor Eddie the Eagle ja auch gesehen, so wie ich. Ganz kurze Frage dazu, kommt denn zumindest diese, äh, locker-leichte Humor, den Eddie the Eagle ja auch ausgemacht hat, da auch durch? Das würde mich interessieren. Er hat schon so ein paar humoristische Elemente, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich jetzt eher noch mal zu Eddie the Eagle greifen. Eddie the Eagle greifen, äh, weil der halt einfach dieses, dieses schön, dieses Britische noch mehr drin hat. Und Rocketman ist nur dann schon aufpolierter. Und es tut mir leid, auch wenn da immer mit geworben wird, dass der Film jetzt voll krass ist. Und ja, er hat in den USA einen R-Rated, äh, bei uns hat er ein FSK 12, denn er, 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 er sieht, man sieht halt, wie Terry Edgerton mal ein bisschen Koks nimmt und ein, zwei Blowdrops werden angedeutet und das war's dann. Also, wer jetzt glaubt, dass er jetzt hier den ultimativen, krassen Superstar-Film hat, der, der sollte warten, bis, äh, irgendwann ein anderer Film kommt. Oder, ja, gibt's, gibt's da Beispiele, die es anders machen? Mir fällt grad keins ein. Welchen Kinofilm wir leider nicht bewerten konnten, weil wir noch keine Kritik zu haben, ist Mr. Link. Voll doch. Genau, aber den könnt ihr euch, glaub ich, auch angucken, weil das Studio Leica, was dahinter steht, ist immer dafür da, dass Qualität steht. Leica sollte man immer unterstützen. Genau, und das ist, glaub ich, ein charmerter Film, guckt euch den gerne an. Da würd ich sagen, äh, springen wir mal zu den Trainern. Ja. Der Distelfink, du hast den Trainer nicht gesehen können. Ich hab den nicht gesehen können, nee. Ja, äh, Distelfink ist ein Buch von einer Autorin, dessen Name mir grad nicht geläufig ist, ich hätt ihn mir aufschreiben sollen. Und die hat für das Buch den Pulitzer-Preis gewonnen. Und Hollywood wollte dieses Buch um ihn verfilmen, ist ein riesengroßer Bieterwertschritt ausgebrochen. Warner hat jetzt gewonnen. Äh, der Film kommt, glaub ich, am 10. Oktober in die deutschen Kinos. Äh, Regie John Crowley, der hat zuvor unter anderem diesen Brooklyn gedreht mit Sascha Ronan. Und der Film erzählt von einem Jungen, der bei einem Terroranschlag in einem Museum seine Mutter verliert. Und nach diesem Terroranschlag das Bild der Distelfink mitnimmt. Also entwendet. Und dieses Bild bekleidet ihn halt sein Leben lang. Und, äh, Ansel Elgort, der Babydriver, spielt diesen, die Hauptfigur, die aufs Leben zurückblickt. Und, ja, das sieht nach sehr großem Gefühlskino aus. Das, äh, vielleicht sogar ein Oscar-Anwärter könnte sein. Ähm, ja, guckt den Trailer gerne mal an. Ich muss gestehen, mich lässt das Ganze eher so ein bisschen kalt. Aber der Cast ist schon mal super. Unter anderem mit dabei ist nämlich auch Nicole Kidman und der großartige Jeffrey Wright. Mhm. Genau. Der andere Trailer, oder eher Teaser-Trailer diese Woche, ganz groß eigentlich, war nämlich der neue Pixar-Film, Onward. Und, äh, da geht es um eine gewisse andere Zauberwelt und die Wahrheit über Einhörner, so wie deine Überschrift geschrieben hattest. Ja. Und, äh, wer den Trailer gesehen hat, weiß, worum es geht, weil die Einhörner sind da nämlich nicht, äh, hübsche, glitzernde Pferde, die mehr galoppieren, sondern eher die Mülltonnen durchsuchen. Ich glaube, das gewisse Etwas, was der Film hat in dem Trailer, ist, dass halt so eine Fantasy-Welt auf unsere Welt übertragen wird. Und ich muss gestehen, ich fand den Teaser ganz witzig und bin gespannt auf das Projekt. Ich bin vor allem gespannt, wie der Film Deutschland heißen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der auch Onward in Deutschland heißt. Nee, glaube ich auch nicht, nein. Ich tippe ja so auf so einen Titel wie Die Elfenbrüder oder so. Ja, weil, äh, es geht halt um zwei Elfenbrüder. Ja. Äh, ich muss gestehen, äh, der Teaser ist ganz witzig. Mhm. Das Design der Figuren erinnert mich aber so ein bisschen an so, äh, Sachen von Illumination. Das, 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 das schreckt mich wieder so ein bisschen ab, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich muss auch gestehen, dass der Stil ein bisschen anders war als die bisherigen Pixar-Filme. Ja. Aber ja, unser, äh, User Yumik hat geschrieben, animationstechnisch natürlich wieder top-notch, aber ansonsten eher nur nett. Und auch unsere Autorin, äh, Quatsch, unsere, äh, Userin Pichuka hat geschrieben, puh, also wenn es jetzt einfach nur eine Märchenwelt in der Gegenwart ist, reizt mich das nicht sonderlich. Also, es bleibt spannend. Ja, also, ich bin gespannt, äh, weil es halt, äh, ich finde halt so, wenn Pixar originale Stoffe macht, ist es immer, ist es, sind die meisten immer sehr gut. Auch wenn sie Sequels machen, mal abgesehen von Toy Story, ist es meistens immer, äh, 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 von daher, ja, kommt im Frühjahr nächsten Jahres raus, äh, ja. Ja, und ich würde sagen, wollen wir zum Schluss, vergießen wir noch einmal Blut, Thomas. Ja, und zwar wieder reichlich. Endlichkeitsmodus aktiviert. Endlichkeitsmodus 3000. Ja. Äh, genau, Rambo oder Rambo Last Blood. Und da gab es jetzt endlich den ersten Teaser-Trailer, die ersten bewegten Bilder. Und, ja, ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll, ähm, ich glaube es... Darf ich sagen? Ja. Ja, ja. Ich fand's saulangweilig. Genau, und, äh, unser, äh, User-Filmkritiker hat auch geschrieben, oh, Sicario 3. Also, von daher, ähm, genau, also Rambo in der Wüste, als, äh, alternder Farmer, der, oh, Surprise, äh, angegriffen wird und, äh, sein Haus mit so ein paar Fallen spickt. Also quasi Rambo allein zu Haus. Ähm. Stell mir gerade so vor, get off my lawn. Genau, also es bleibt wirklich spannend, ob der Film jetzt das liefern kann, was die Fans vielleicht, also gerade für diesen Abschluss, also es soll ja der wirkliche Abschluss werden mit Last Blood, sagt der Titel ja schon. Mhm. Ob das tatsächlich auch das erfüllen kann, was jetzt die Erwartungen irgendwie sind. Ich bin da irgendwie noch nicht so sicher. Ich, äh, ich frage mich, ob er genauso hart sein wird wie der Vorgänger. Ja, ich glaube nicht. Weil das sieht, ja, sieht aktuell nämlich echt so ein bisschen nach FSK-16-Ware aus. Ja. Ein bisschen nach, äh, Rambo 3 meets, äh, 16 and Hours. Ja. Das Einzige, was mich bisher noch positiv stimmt, ist, äh, der Regisseur, und zwar das ist Adrian Grunberg, der Get De Gringo gedreht hat mit Mel Gibson. Und der war wirklich spitze und hatte auch so ein ähnliches Setting. Das ist so das Einzige, woran ich mich gerade noch festhalte, dass es gut werden könnte. Ja, also, ich hab letztens tatsächlich so einen Rambo-Rewatch-Run gemacht. Allerdings rückwärts. Ja. Hab mit dem vierten Teil angefangen und mit dem ersten aufgehört. Das hab ich letztens auch schon mal schon langsam gemacht. Das sollte ich auch mal tun. Das ist total interessant, was man, was man da wirklich so, was man da ins Auge fällt. Und, äh, es ist wirklich erstaunlich, wie ich aus so einem, ja, grandiosen Antikriegsfilm wie Rambo sowas gemacht hab, wie es jetzt ist. Es ist erstaunlich. Es ist einfach erstaunlich. Wirklich. Also, Stallone hat aus, äh, einer sehr wahrhaftigen Figur echt ne Karikatur gemacht. Äh, und Wahnsinn. Wirklich. Ja. Und vielleicht noch zwei Kommentare dazu. Also, unser User SilentBob hat geschrieben, Rambo Home Alone. Und, äh, frage mich, ob's wieder ultrabrutal wird wie Rambo 4. Genau die Frage hatten wir auch gerade gestellt. Und unsere Userin SB2929 hat gefragt, ich frage mich, ob er drauf geht, so als Abschluss. Hm. Was ich ja schade finde, ich fand Rambo 4 nicht besonders gut. Ja, aber er hatte diese schöne Schlussszene. Ja, wo Rambo einfach so die Straße entlang geht. Mhm. Und das war so ein schöner Zirkelschluss zum Anfang des ersten Rambos. Und ich mochte Rambo 4 in den Momenten, wo er still und leise war, muss ich sagen. Wo er nicht so geschrien hat und nicht so blutig war. Ja. Ja, also, alles bis auf die letzten 20 Minuten. Richtig, genau. Ja. Ja. Gut, das wären unsere Trailer. Wie gesagt, die letzte Woche war leider nicht so ergibig, Leute. Da können wir auch nichts für. Ja. Ähm. Vielleicht noch ein kleiner Abschluss, äh, für die, die gerne Anime gucken und vor allen Dingen auch Dragon Ball gucken. Es gab ja den, wenn ich den deutschen Trailer zu Dragon Ball Super Broly. Das muss ich jetzt einfach erwähnen. Äh, genau. Also, der war Anfang des Jahres schon mal im Kino und da wirklich auch sehr überraschend, weil er lockte kurzerhand 104.000 Zuschauer in die Kinos, der neue Dragon Ball Film aus dem Super-Universum. Und da war er noch im O-Ton. Und wer die Dragon Ball Super-Serie kennt, weiß, dass es da neue Synchronsprecher gibt. Allerdings haben sie jetzt tatsächlich für den Broly-Film die alten Stimmen zurückgeholt. Unter anderem mit Tommy Morgenstern und Oliver Siebeck als, äh, Son Goku und Vegeta. Das wird sich lohnen und der Film wird am 30.07. nochmal in den Kinos sehen. Also nur am 30.07, ne? Genau. Okay. Gut, äh, dann, äh, ja, Anime-Fans, aufgepasst, neben Dragon Ball Schieß mich tot gibt's auch den ersten Trailer zu Ruthering with Me, der neue Film vom Regisseur von Your Name. Mhm. So, das ist jetzt auch mein Beitrag zum Thema Anime. Okay. So, okay. Gut, dann wär's jetzt für heute. Ja. Ähm, ja, äh, noch eine Ankündigung, nächste Woche fällt, nein, Quatsch, nächste Woche fällt nicht aus. Darauf die Woche fällt aus. Stimmt. Dann vergess, was ich gesagt habe. Es tut mir leid, ich war, ich war mir zu schnell. Wir kündigen jetzt nächste Woche nochmal an. Ja, genau. Äh, Thomas, dann bedanke ich mich recht herzlich dafür. Ja. In der Zeit. Ja, gerne. Äh, äh, wünsche dir einen schönen Restgeburtstag. Mhm. Äh, Leute, wenn ihr unter diesem, äh, Podcast kommentiert, Happy Birthday, Chefchen. Bekommt ihr für ein Schärfchen 10 Euro. Die ihr spendet an mich. Ja. Und, äh, ja, ich würd sagen, wir hören uns nächste Woche und, äh, macht's gut. Genau. Vielen Dank fürs Reinhören, kommentiert fleißig und wir hören uns nächste Woche. You go to the party. You go to the party. As far as Thomas is concerned, this is the best birthday he has ever had. You go to the party. 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 You go to the party.